Viel Glück oder viel Glück und viel Segen wünschen wir wohl wissend, dass die Farben des Glücks so vielfältig sind wie ein bunter Blumenstrauß. Wer dabei nur die Rosen im Blick hat, übersieht leicht die kleinen Gänseblümchen am Weg. Die 70 Geschichten des Geburtstagsbuches 70 Glücksfenster sind Fenster, die unseren Blick auf die ganz verschiedenen Facetten des Glücks lenken. So können unsere Glückwünsche wirklich in Erfüllung gehen. Untertitelung des ZDF, 2020